Wir trauern um die Opfer von Solingen und wünschen den Angehörigen und Hinterbliebenen viel Kraft und Trost und den Verletzten eine rasche Genesung. Die von SPD-Politikern angestoßene Messerverbotsdebatte ist so offensichtlich dumm und irreführend, dass man sie als Verhöhnung der Bürger bezeichnen muss. Das Problem ist die seit 2015 von Union und Ampel betriebene, unverantwortliche Politik der offenen Grenzen, die zu einem beispiellosen Verfall der öffentlichen Sicherheit in Deutschland geführt hat. Die unbegrenzte Aufnahme von illegalen Zuwanderern ist von den Altparteien politisch gewollt. Ausreisepflichtige und straffällige Zuwanderer werden nicht abgeschoben. Der Mörder von Solingen konnte sich seiner Abschiebung leicht entziehen. Die Politik der Altparteien hat Deutschland zu einem Paradies für Straftäter und Terroristen gemacht. Als AfD waren wir seit langem vor dieser Entwicklung. Wir haben an uns gefolgt, wenn die Bluttaten krimineller Asylmigranten in Kandel, Ludwigshafen, Orgersheim, Bingen-Büdesheim, Mannheim und Solingen höchstwahrscheinlich verhindert werden können. Jetzt brauchen wir keine Entwaffnung unserer Bürger, sondern eine klare Migrationswende mit den folgenden zehn Punkten. Erstens, sofortige Beendigung der ungesteuerten Zuwanderung. Zweitens, Grenzkontrollen mit schrägenter Umsetzung von Artikel 16a des Grundgesetzes. Drittens, eine drastische Reduzierung der überhöhten Sozialleistungen für Zuhlbewerber. Viertens, eine Beendigung, mindestens aber eine starke Einschränkung des Familiennachts. Fünftens, eine Abschaffung der Erleichterung im Aufenthaltsrecht. Und sechstens, keine überstürzten Einbauungen mehr. Siebtens, brauchen wir eine Reform des Aufenthaltsrechts, um kriminelle Ausländer leichter abschieben zu können. Achtens, eine strukturelle Abschiebeoffensive, in deren Rahmen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, Einfluss zu nehmen auf die Herkunftsländer und gegebenenfalls auch Abkommen mit Drittländern schließen. Neuntens, müssen wir natürlich auch nach Syrien und Afghanistan abschieben. Und zehntens, müssen wir die Wiedereinreise von abgeschobenen Ausländern konsequent verhindern.